Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier in der Fossilienmine, sind im letzten Part von Lani angegriffen worden. Eine Auftragsmörderin ist schon eigentlich zu viel gesagt. Jedenfalls von Prane geschickt worden, um Lili ihren Kristall wegzunehmen, den sie um den Hals trägt. Denn Prane braucht ihn. Wofür? Wozu? Weshalb? Warum? Das wissen wir ja noch nicht. Aber das Schlimme ist, der Prane wäre es komplett wurscht, ob ihre Tochter leben oder sterben würde. Und das hat Lili schon sehr hart getroffen. Auf jeden Fall machen wir uns weiterhin auf den Weg zum äußeren Kontinent, um Kuja aufzuhalten. Damit der erst einmal tot ist, tja, wer soll dann Prane beliefern? Und somit wird die blöde Ku dann wohl oder übel aufgeben müssen. Wir haben bei Stealskin eingekauft, wir haben das Mopnet gemacht. Ich frage aber trotzdem nochmal nach. Ob sie nicht vielleicht... Ok, na, Brief braucht sie keinen. Hat sie keinen, ist sie keinen, alles gut. Oder er, oder es, wie auch immer. Nur das muss, um sicherzugehen, dass ich nichts versäum. Der nette Herr dort oben hat uns erklärt, wie die Gagandula funktioniert. Ich werde jetzt keinen Schalter umwerfen. Ich werde jetzt einfach mal schauen, ob ich so an irgendwelche Schätze ankommen. Ihr seht schon die Route 1, ne? Und da drüben, wo das Wasser von denen runter kommt, da würden wir dann hinkommen, wenn wir die eben umschalten. Jetzt ist die Frage, wo wir hier hinkommen. Ja, zu einem Schatz. Elfenohrring, super. Perfekt. Und dann, Moment, ich glaube, mehr geht hier nicht, ne? Na. Gut. Drum ist es immer wichtig, dass man sich die Gänge anschaut. Also, wie gesagt, die Gegenden, wo die Gagandula uns hinbringen kann. Bevor wir einen Schalter aktivieren oder so, ne? Weil, wenn wir alle Schalter aktivieren, werden wir irgendwann, ähm, ja, zum Ausgang der Miele kommen. Und können da nicht alle Schätze mitnehmen. Ich hoffe, ich mache nicht nochmal einen Fehler, so wie bei Clara. Also, dort, ähm, habe ich ja zwei Schaften gesehen. Und zwar ist mir da eingefallen, wie man zu dir hinkommt. Ich habe es ja gemerkt, dass es, ähm, kurz bevor man die Stadt betritt, ist man ja noch, ähm, wie soll ich sagen, auf dem Weg dorthin, haben wir ja drei solche Treibsandstellen gesehen. In einer dieser Treibsandstellen hätte ich mich runterfallen lassen müssen. Dann wäre ich genau auf die Truhen gelandet. Ja. Und hätte luden dürfen. Ja. Ja. Das ist mir natürlich erst eingefallen, als wir wieder in, wo waren wir da? Auf dem Weg nach Alexandria waren. Und dort ist es mir ja wieder eingefallen. Ich habe es vergessen, euch zu sagen. Ja. Weil ich halt Schlauffuchs bin. Ganz genau. Na ja. Was soll ich machen? Was soll ich sagen? Es ist mir leider Gottes passiert. Ich kann auch nicht sagen, was der da war. Oder wäre. Das könnte ich nur nachdenken. Sack. Hier habe ich nur das Kraut, ne? Ja. Dann schauen wir da rein. Irgendwie sind hier verdammt wenig Monster. Jawohl, ein Schalter. Und weg bitte. Ich lege den Schalter um, es ist er tot. Boah. Boah. Wie schick, ne? Schick. Hässlich ist das. So. Komm nur her, Gargandula. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wann die Gargandula letztes Mal so gefütter wurde. Alle überhaupt. Zuerst oben oder unten? Zuerst oben, würde ich sagen. Na, zuerst oben. Ist logisch. Immer wieder auf und wieder. Na, darüber bitte. Ich wollte nur bei den Kisten schauen, ob es da auch was gibt. So. Einen Äther. Super. Aber. Jetzt kommt der lange Weg. Und irgendwie sind hier keine Viecher. Ich wollte doch trainieren. Ja. Und der Schalter. Jawohl. Die können wir zurück. Perfekt. Jetzt sind wir wieder zurück. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die haben die Gegner hier abgestellt. Hallo. Ich will kämpfen. Ich brauche auch Level-Ups. Und ich möchte Fähigkeiten lernen. Neue. auch Ramuh zum Beispiel mal. So. Irgendwie voll komisch. Beim letzten Mal, als ich hier gespielt habe, bin ich von Gegner und ja regelrecht heimgesucht worden. Ich konnte diesen langen Weg nicht gehen, um ihn zumindest zweimal kämpfen zu müssen. Äh, zu dürfen. Irgendwie ist jetzt irgendwie tot. Totenstille. Fast schon unheimlich. So. Den müssen wir jetzt wieder umlegen, damit wir zurück können. Ja. So läuft das hier. Mhm. Ich sage es. So sehr wie jetzt. Wohl die Gargantula noch nie gefüttert. Wahrscheinlich. Aber schon lange nicht mehr. Wenn sie dir die sich heute Abend auf die Waage stellt, trifft ihr glattes Schlag. Willst du es schon sehen. Könnt ihr euch das regelrecht vorstellen. Eine Gargantula-Waage. Da stellt sie sich drauf. Sie hat vielleicht 5 Kilo mehr. Weil sie so viele Pflanzen hat. gegessen. Ja. Bam. 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 Bararam. Servus. Grüß euch. Tschüss. Ja. Und jetzt geht sie weiter. Zack. Aber wie schnell die Pflanze nachwächst hat. Bis wir hier draußen sind aus der Biele. Sind wir wahrscheinlich bei der Gargantula freundlich gesinnt. Best Friend. Wo Best Friend bist du? Noch so ein Arbeiter. Schwarzschürfer. Aha. Schwarzschürfer. Schwarzarbeiter. Wahrscheinlich. Oh. Du bist ja schneller als erwartet hier. Das ist dasselbe wie vor... Warte. Was? Wie kamst du jetzt so schnell hierher? Kann ich dir vielleicht was andrehen? Ah. So nehmen wir das heute. Was hättest du denn? Ähm. Ja. Das haben wir schon irgendwie alles. Ähm. Hast du etwas interessantes für uns? Vielleicht ein einziges Zelt nimmt mit. Wir haben wir um 20. Passt. Na. Schau mal wieder rein. Ja. Verkauf mal was anständiges. Du kriegst noch Geld von uns. Aha. Herr Gargantula. Gut. Dann gehen wir hier rufen. Hier rüber. Hier ruf. Aha. So geht's. So geht's. Da ist der Schalter. Den schmeißen wir noch nicht um. Aber ich glaub den musst dich umschmeißen. Aha. Ja. Ein Schalter war gemein. Ob das nicht eh schon der war. Ob du sie nicht zuerst umschmeißen musstest, damit du in den anderen Gang kamst. Aber ich glaub da gibt's sogar nie was dafür. Schauen wir gerne mal nach. Ach ja. Ha ha ha. Ja. Batsch. Ganz genau. Eine Falle. Fies. Fiese, fiese Falle. Zuerst hier hin. Zack. Ich glaub halt, dass das hier zuerst war. Ja. 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 Warte. Warte. Ähm. Zuerst da rauf. Da geht's noch mal höher rauf. Echt? Wie das? Schmeißt du mich jetzt wieder runter? Na. Ja. Na. Und hier? Da ist der Schalter, ne. Ich kann mir schon vorstellen wie... Entschuldigung. Der andere Weg, der Gargandula, der... Der... Ja, ich hätte ihn doch zuerst umlegen müssen, den Schalter. Ja. Servus, hier haben wir ein kleines Minispiel. Oh, selten hier drin mal neue Gesichter zu sehen. Wie habt ihr es überhaupt hierher geschafft mit der Gargandula? Weißt du? Hier schürfe ich. Also immer schön die Griffel stecken lassen, verstanden? Aber wenn du mir eine Potion gibst, dann lasse ich dich vielleicht ein bisschen graben. Eine Potion willst du? Okay. Und jetzt her mit der Spitzhacke. Vergiss es, die brauche ich selber. Nein, nein, her mit der Spitzhacke. Genau, selbst ist der Mann. Dankeschön. Und jetzt schleiche ich. Hier können wir sehr viele Sachen abbauen. Und unter anderem auch einen Mogli. Man möge es nicht glauben. Aber tatsächlich gibt es hier einen Mogli, der versteckt ist. Ich bin noch nie dahinter gekommen. Ob man jetzt mehrmals auf eine Stelle klatschen muss, oder ob es reicht, wenn man das einmal macht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Oh doch, man muss mehrmals drauf klatschen. Alles klar. Einen Ja hat das Stein haben wir bekommen. Ich habe auch keine Ahnung, ob diese Vorkommen auch mal versiegen. Ich habe einfach mal drauf gehauen. Sicher mal eine Stunde lang überall quer durch die Bank und blitternd gegangen, nachdem ich den Mogli befreit hatte. Ich weiß auch nicht, ob das endlos ist. Ehrlich gesagt. Ich habe mich da auch nie schlau gemacht. Wahrscheinlich kriegst du da weiß Gott was raus, wenn du hartnäckig genug bist. Oh, das war einfach der Jadelstein. Mehr nicht. Hm. Wahrscheinlich kramen wir dann gleich, keine Ahnung, ein Isigrim aus oder so. Ein fossiles Isigrim. Oder eine fossile Gagandula. Ich meine, an einer anderen Stelle probieren. Vielleicht ist es besser. Auf jeden Fall, da unten ist dann der Mogli drin. Der werde ich gleich befreien gehen. Ja. So schaut es aus. 30.000 Mal reingehauen. Ich habe noch nicht gesagt. Keine Ahnung, ob man da wirklich irgendwelche Schätze rauskriegt. Keine Ahnung. Ich versuche mal so neunmal. Einmal auf eine Stelle zu klopfen. Wenn ich mich nicht verzähle. Oder zehnmal. Hm. Ich geh mal den Mogli befreien. Er ist, glaube ich, hier. Glaube ich. Oder eins daneben. Irgendwo hier müsste er, glaube ich, sein. Oder ich verdurbe mich schon wieder. Das könnte auch sein. Ich glaube vor, da war ein Mogli. Das dachte ich echt, der wäre herum. Hm. Ach, High Potion bekommen. Hoppala. Aha. Aha. Hm. Hm. Warte doch hier. Ingo, warte. Ich weiß es doch. Ich kann mich schon dran erinnern. Hm. Hm. Okay. Normal High Potion, glaube ich. Okay. 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 War er dann doch nicht hier? War er dann da drüben? Hier? Hier war er. Oh Gott, das finde ich nicht doof. Entschuldigung. Da ist das. Sieht man doch eh, oder? Diese großen Kuh. Genau. Sieht man doch eh, ich bin so doof. Entschuldigung. Also, einen Teil. Hupo? Quart Provide. Hupo! Äh, hallo? Was haben wir denn noch für Erfolg? Hupo? Hupo! Was? Hupo Steins. So, irgendwie, glaube ich. Was? Was gibt's? Speichern? Okay, wir gehen mal zum Shop rein. Hast du irgendwas Besonderes für uns? Na, natürlich nicht. Ich bin so nah. Mock nicht. Eine Bitte, Kubo. Übergebt das Brief an Kubo. Gerne. Danke, Kubo. Kubo. Das war fantastisch wieder. Keine Ahnung. Zelten müssen wir nicht. Speichern können wir aber machen. Das können wir sehr gerne machen sogar. Kubo. Ich speichere Kubo. Äh, speichern. Und zwar hier drauf. Ja, da haben wir jedenfalls noch mal ein Händlerlein. Nur, dass es da nichts gibt. Ja, noch mal High Potion. Hier vielleicht noch mal ein bisschen Buddel. Und dann lassen wir es gut sein. Ja, der Stein. Super. Geht ja doch was weiter. So, sehen wir es dann gleich mal. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Da können wir lauter beste Steine raus. Puh. Tollen Schmuck oder was weiß ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was? Wo soll ich gehen? Na, gehen. Geht's da rüber? Da, oder? Dann kannst du schon wieder da drauf, ne? Ja. Ich glaube, wir sind fertig. Meister. Hast du schon genug, Lena? Geht's da wieder zurück. Allzweckweste. Ich habe meine Erinnermich zurück. Das ist schön. Habe ich denn schon mal? Habe ich schon mal eine besessen? Eine Allzweckweste? Äh, braucht ihr eh noch? Nein, ich glaube nicht noch. Kann mit der Weste jemand anderes was anfangen? Äh, warte. Oh, vielleicht. Alles gut. Boah. Ich hätte vielleicht doch... Scheiße. Ich hätte vielleicht doch, ähm... Oh je. Ich hätte vielleicht doch Zelt nehmen sollen. So. Auf jeden Fall dürfen wir hier das noch nicht benutzen. Da, so. Na, falsch. Ich denke... Fuh, wie komme ich da jetzt wieder weg? Ah! Ich muss ja da wieder rüber. Oben drüber, glaube ich. Ich steppe. Einfach da so oben drüber. So rüber. Ah, das ist er. Hä? Noch weiter oben drüber. Ich bin doof. Ich bin so doof. La 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 la. Bam bam. Ich bin ja so doof. Der auch? Spinst. Die kann jetzt nicht mehr zurück. Das kann jetzt aber nicht sein, oder? Ich darf da jetzt nicht mehr zurück. Das wird jetzt aber nicht gut. Ah, jetzt haben wir einen Gegner. Oh. Gibt's euch auch noch? Man muss sich wohl den Schalter umlegen. Willi aber natürlich. Bitte noch ein Gang. So, einmal früher. Vielleicht kann man das hinten essen. Mal schauen, was es ist. Muss schwächer werden. Stell dir vor. Vielleicht noch einmal feurer. Mal schauen, was ich überlebt. Mal schauen, was ich überlebt. Boah, der heilt sich heftig. Der heilt sich echt heftig. Ja. Ja, ich müsste mal kurz zur Tür verdampfen, ne? Ähm... Ja! Ich muss mal ganz kurz schneiden. Äh, das ist ja nicht so. Äh, komm, da muss man halt schnell... Wenn ich jetzt hier möchte. Ich laute, ich will. Das sieht man halt schnell, das hier möchte. Und dann muss ich schnell mal zur Tür. Jawohl, und weg ist es auch. Super, Lilly, gut gemacht. Bravo. So, fukukukub, level up für Vivi und Karina. Und Lilly hat ein paar Sachen erlernt und gerett tot haben wir bekommen. Sehr schön. Also, ich muss mal ganz kurz zur Tür. Bis gleich. So, Reh, bin wieder da. Entschuldigung wegen der Unterbrechung. Ähm, ja. Äh, ich glaube, ich muss den Schalter umlegen. Ich kann, ich darf sonst nicht wieder zurück. Äh, na, du sollst eine draufhelfen, Zidane. Nein, du sollst den Schalter betätigen, bitte. In Gottes Namen. Es ist schon drüben, oder? Warte. So lassen. Warte, da bin ich nicht gefahren drüben. Nicht runterspülen. Oh Gott. Ähm, da bin ich noch nicht, ähm, gewesen. Gewesen schon, aber ich bin jetzt... Ach, jetzt kommen. Jetzt kommen sie alle. Jetzt, wo sie mir am Bugl runterrutschen können, die Gegner, jetzt kommen sie alle. Mh, ist klar. Mh, ist klar. Mh, ist klar. Ja. Federmäuschen, genau. Keine Ahnung, ob die zu fressen bedacht sind. Wir werden es probieren, wenn es klappt. Ähm, ich hoffe auch, dass wir nochmal diesen Demo-Vogel bekommen. Allerdings glaube ich, dass wir wahrscheinlich... Ah, natürlich. Jetzt stirbt er weg. Ganz logisch. Dann stirbst er weg. Ähm, ich hab, wie gesagt, keine Ahnung, ob... Ob die gedacht werden zu messen. Ähm, ob man was Neues lernt. Ich glaube, bei der Vogel wird, wie immer das Wittler. Äh, Zitane braucht auch ein Auto. Jaaa, Ton taugend. Oh, Lilly hat Level Up bekommen. Sehr schön. Mast of Fund-Karte und ein bisschen... Ich hab vergessen, Ausrüstung zu wechseln. Fällt mir gerade auf. Ich bin ein Profi. Ich hab's ja immer wieder gesagt. Äh, Mitri in Armreihe Flügel springen. Nein. Die beste brauchen wir noch. Hier, das können wir entern. In... Pfuh. Level Up, das nehmen wir. Hilfsohrling. Ziehen wir jetzt mal vor. Ähm, Vivilein. Wie schaut's mit dir eigentlich aus? Hals gut. Hab ich dir mit Absicht gegeben, ne? Ja. Ähm, wie schaut's mit Lilly aus? Okay, Steffband. Ja. Ja. Okay, das braucht's alles noch. Dann hier. Federmut. Ist auch nichts Neues. Kristall am Reif. Feternsteck auch nichts bringen. Nein. Die beste Zauerstoffe. Okay, passt alles. Gut, 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 gut. Ja. Nochmal, wie gesagt, durch. Na, bleib nicht stecken. Lauf einfach, bitte. Äh, nochmal hier durch. Ich glaub, da muss ich einmal mitfahren, damit das klappt. Äh, wo war denn das Kraut, bitteschön? Oder ging das so? Hm. Muss ich das Kraut eben von irgendwo weg hernehmen? Wie geht das denn jetzt, bitteschön? Darum wächst ja auch keins. So, jetzt mal die... Die war nicht ungeniesbar. Mit meinen Füten. Die meine ich. Die innen zu können. Die innen zu können. Was? 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 Super. Alle beide schlafen. Das ist sehr schön. So. So. Ich bin auf den Kanteil. Boah, hier liegt noch keine Ahnung mehr. Äh. Falsch. Willi schon. Willi hat keins mehr so. Willi hat die Haut. Also, er kann ja nicht. Ich bin so der... Ha! Ich bin so... Er kann ja nicht. Er muss ja Augentropfen kriegen. Willi braucht das hier. Ich bin so... Lach, ich bin so dumm. Entschuldigung. Die Augentropfen vergessen. Ach, ich bin ärgerlich. Willi, Augentropfen. Flotti. Flotti, Karotti. So. Ach, ich muss so. Die Kino schläft natürlich wieder. Schach-Nase. Biete, bringst die doch endlich nicht das keine sein, dass die so lange leben dürfen. Gott sei Dank, der erste ist schon weg. Und ich bin der zweite Volk nach. Ich bin der Nürnberg. Ich halte mich schon los. Na Gott sei Dank, endlich hier. Gott sei Dank. Ah, schön. Ja, der Fleck hat ihn gelernt und Levi das auch. Super, bald haben wir bekommen und ein bisschen Geld. Kann ich ihm jetzt was Neues geben? Na, was tust du denn? Ah, das ist da gewesen, bei der Waffe. Ah, okay. Na, da geht noch nichts. Leider. Wo war denn hier bitte das dämliche Kraut? Das gibt's ja nicht. Ha, wo war denn das? Ich bin verwirrt. Ich dachte immer, dass wir hier gewesen, irgendwo. Na, großartig. Da hab ich, glaub ich, echt scheiße gebaut. Da ist kein Kraut. Wo muss ich das jetzt bitte wieder hernehmen? Ist das hier irgendwo gewachsen? Ich hab's nicht mitbekommen. Genau, da wächst weiter. Ah, ich bin ein Trottel. Da geht's auch rein. Hm, hm, hm. Ja, da geht's auch rein. Da war's. Ich bin so nütz. Entschuldigung, voll vergessen. Aber so richtig vergessen. Ach, ich bin so doof. Ja, da war's. Meine Güte, bin ich dämlich. Äh, schon peinlich. Was? Was kommt mit daher? Ich hör euch gerade lachen. Ich hör euch gerade sowas von lachen. Das ist aber nicht der Herr. Was kommt mit daher? Soll ich wieder einen Gang nicht machen können, weil ich nicht zurück darf? Das sind so Momente, da fängt man an mit dem Zähne-Knie-Spiegel. Ich hör euch. Das ist nicht schön, nicht. Das ist echt schön. Ja, hör auf, die Kracke zu kasen. Lass dich wissen. Ja, ich hör auf, die Zähne-Knie-Spiegel ist zu stark dafür. Was für meine Schwertseele? Initialisiert die geheime Kraft, die dem Räuber-Schwert anzuschlummert. Wollt ihr was machen? Vielleicht macht das zufälligerweise weniger damage. Das wäre gerade sehr schön. Wahrscheinlich nicht. Oh, nicht. So. Ah. Ah. Okay. Shoot. Und was kann denn passieren? Man ist im Angriffsworteil. Okay. Dann werden wir schon spitzen vorher. Muss schwächer werden? Ja, ganz schlimm. Wann? Dann hat man wahrscheinlich nichts. Kann ich mir gut vorstellen. Gravitas. Ich schwebe. Jetzt ist ein Trance-Hoff. Ja. Warum nicht? Vielleicht hat er jetzt größeren Wunder und kann leichter essen. Ui, ein Garnstein. Sehr gut. Sehr gut. Verdammt. Nein, 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 nein. Das ist so mühselig mit der Brüder. Also mit der Brüder. Das ist so mühselig. Mit der Brüder. Hoch den Kerl endlich mal. Das geht zu jetzt. Hart ist auch zu ändern. Jetzt sind jetzt auch kaum sowas. Und jetzt ist das so mühselig mit der Brüder. Okay. 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 11.000 Gild, also mehr sogar. 11.000 Gild, genau. 1.100 Gild wollte ich sagen, Entschuldigung. 11.000 Gild, ja, das trage ich mit einem Viech. Und ich könnte heulen. Ich kann wieder einen Gang nicht machen. Ich werde narisch. Also hilfreichs, ich muss speichern. Wir müssen speichern, der Part ist zu Ende. Sorry nochmal fürs Herumdrödeln. Ähm, ja. Ja, ich will graben. Ich will zum Mugli rüber. Danke. Ja, es ist ein Trauerschmied. Gerade mit mir, ich weiß. Ich hab's wieder geschafft. Ja. Selten auf jeden Fall. Okay, er hat keinen Brief für uns. Das wollte ich noch nachschauen. Und speichern. Es ist echt, ja. Blöd gelaufen. Naja. Passt. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.